Ein mit 600 Schweinen beladener LKW ist heute Morgen auf der A7 bei Neumünster im Graben gelandet. Der Fahrer, der Beifahrer und mehrere Tiere wurden verletzt. Die Autobahn ist in Richtung Süden teilweise gesperrt. Nach Angaben der Polizei kam der Transporter gegen 5.30 Uhr am Morgen bei Lüb, Kreis Rendsburg-Eckernförde, in der Nähe von Neumünster von der Fahrbahn ab. Der Fahrer und sein Beifahrer seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Schweine müssen möglicherweise getötet werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017